Ich bin heute zu Besuch bei einem Ansfelder Traditionsunternehmen bei der Firma Elektrotechnik Tanninger. Hallo Gerhard. Manfred, grüß dich. Servus, danke fürs Kommen. Ja Manfred, wir haben da jetzt den Letzplan Stand von der neuen Mittelschule. Wir haben hier im Sommer Realisieren, Umsetzen und im September zu Schulbeginn ist die Generalsamil. Wichtig ist dazu anführen, dass wir für Gewerbe, Industrie und den Privatbereich Elektroanlagen umsetzen, realisieren von der Planung bis zur Ausführung. Ein weiterer Geschäftsbereich sind Netzwerk, Kommunikation und Sicherheitsanlagen. Weiters finden sie bei uns hochwertige Haushaltsgeräte wie Miele und Liebherr inklusive Servicierung. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir sowohl junge als auch erfahrene Elektroinstallationstechniker für unseren Betrieb suchen.